Jo, Freunde, herzlich willkommen zu mal wieder einem, ja, ZMG, ne, Zoxx mal gezeigt. Es gab heute wohl, oder die Tage, heute hat das gesaugt halt gerade. Ein Update für Max Payne 3, ja, ich hab das Spiel ja hier auch. Und, ähm, ja. Ich hab da wieder mit dem Key hatte, was ja nicht so schlimm ist, sie haben einen Account gebunden. Ich muss sagen, ich fand das Spiel jetzt nicht unbedingt so toll als Nachfolger nach dem zweiten Teil, aber... ...einfach deshalb, weil es halt nicht mehr so das Max Payne ist, was es halt mal war, aber an und für sich, ansonsten ist es ja auch ein schickes Spiel. Ich glaube, das Intro war schon echt ganz nett gewesen. Ich fand dich damit's geil. Nein, ich hab das bei Gronkh mal gesehen, aber der hat das, glaube ich, irgendwann aufgehört zu spielen, ne, hat er keine Lust mehr drauf gehabt, oder irgendwie sowas. Und dann eine Playlist, das sind ein paar Videos, falls es überhaupt eine Playlist war, die er hatte. Und dann ging's einfach nicht mehr weiter, so. Ja, schade. Und scheint alkoholiker, ne? Das kann nicht gut sein. Vielleicht, dass ich mich selbstbewusst habe, aber es ist zurück. Ich bin gespannt, wirklich. Ich brauch wirklich einen neuen Start. Ich glaube, du bist richtig. Ich glaube, ich will hier auch gerne. Es ist sicherlich... Es ist sicherlich ein New Jersey. Müsste es das nicht eigentlich auch in Deutsch geben? Keine Ahnung. Es ist halt ein typisches Rockstar Games, ne? Für Max Pan 1 und 2 gibt es eine Übersetzung, wie das hier aussieht. Wer weiß das schon so genau? Es ist immer mit Untertiteln, ne? Genau so wie bei GTA. Sehr lustig. Haha. Ja, das ist ein falsches Lachen, du Kerl. Geil, läuft das dann eigentlich auch direkt hier in 1080p? Scheint jedenfalls so, ne? Das ich hier das Vollbild vernünftig kriege. Das ist ziemlich kaputt, der Typ, ne? Schauen wir doch mal kurz in die Einstellung rein hier. Kann man eigentlich doch Grafik, da geht doch was. Äh, ja, ist auch gut. Mit Downsampling, meinetwegen. Nein, nix übernehmen. Das sind halt meine alten Einstellungen noch, die hier anscheinend laufen. Gucken, V-Sync hätte ich gerne aus. Das war jetzt anscheinend auch nicht so anspruchsvoll, ne? Ja, dann starte mal neu. Gib mal Anti-Aliasing ein bisschen rein hier, ne? Kann man ja mal machen. Zumal. Zumal. Hier. Ja, es ist aber zu schön. Ich wollte mir das aber nicht nochmal angucken, Sintro. So, gucken wir nochmal rünnen hier. HDAO, SSAO, ich weiß es jetzt echt nicht. Normal, hoch, sehr hoch. FXAA mache ich mal aus, ja das ist doch kein altbacken Spiel. Ich bin eigentlich ziemlich bescheuert, das muss ja bestimmt nochmal neu starten, wach? Ja, naja gut, dann mach mal. Dessen war ich mir derzeit noch nicht so bewusst. Krims, Krams halt zu Anfang hier. Wenn man meinen Key anzeigen will, naja. Wollen wir das nochmal anzocken, würde ich sagen, ne? Ich habe wahrscheinlich mal eine Einstellung in der Cloud gehabt. Die Soundtrack ist ja ganz nett eigentlich, ne? Da will ich mich gar nicht beschweren. Story, ja ich kann aber doch nur neu machen, ja. Angemessene Herausforderung. Ja, machen wir mal auf Mittel. Ja, ist immer noch oder wieder am Ballern, ja. Ja, ja. Der ist ziemlich fertig da am Boden, ne? Ich hab ja jetzt wieder diesen Mist mal wieder pro sieben mäßig und so und irgendwas war mit Trump, ne? Von wegen Killerspiele und so, ne? Na ja. Auch wegen Fortnite, ne? Was war das? 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 Hey, Bruder. Hey. Ich erinnere mich. Ich hab das ja damals schon mal angespielt. Hier gibt's gleich richtig nette Action. Teils vielleicht ein bisschen zu übertrieben, finde ich. Weiß sie nicht. Oh, Mann. That favela is big. Yep. Nothing like the view of extreme poverty that make a penthouse cocktail party really swing. I guess they call it trickle-down economics. That's funny. It's supposed to be a charity thing. Drink and give money. I dunno. Something for the kids. Hey, listen, Mann. We better look lively. This place is a nightmare. You just got cowboys running security downstairs? Something rotten in the air. That didn't mean much. There was always something rotten in the air. The family we were protecting were local celebrities. Rich parasites with delusions of humanity. The kind of people who end up in glossy magazines or body bags. Depending on how their luck runs. So where are they all? I see Rodrigo over there talking to that guy. Yeah, I don't know him. That guy next to him. He's some kind of cop. I think. I'm not sure. Serious, though. Big gang cop. Anti-gang sort of thing. I can't remember his name. So who's this guy? That guy's a plastic surgeon or some kind of surgeon. A tummy toxin. Is there a high society party there, no? Ha! Look at Marcel. Still dances like a fool. He dances like a fool. He dances like a fool now. Ha! It's very funny, Max. Oh, excuse me. I was mostly working for Rodrigo Bronco. A local businessman. Built things. Did some charity. Had things named after him. Won awards. Owned things. People. One of the trophies he had won was his wife, Fabiana. She was hot and wanted to be dangerous. Some good genes trying to fight their way out of a cesspit. She'd married well and was now at leisure to regret her good fortune. They got along as well as any rich workaholic and his younger airhead wife tend to get along. They mostly ignored each other. She spent a lot of time with his coquette younger brother, Marcello. He was a good time guy if your idea of a good time was an expensive suit, a bottle of champagne and nothing between the ears. The middle brother, Victor, had just walked in. He was a local politician. Guy was smoother than an oil slick on an iceberg and about as toxic. The rest of the crowd, I didn't know, but I could imagine the types. People who know if they drink enough, they won't have to feel guilty about their good fortune. Suddenly, things turned real ugly. Felt like our hangover arrived right on cue. It's good he pulls up. Pass her! What the hell was that? I don't know what the fuck that was. Let's go! Things have gone from fine to fucked up in about a second. And now there were two idiots at the wheel. Clear! Shhh! Shhh! Na komm dann, übergib mir die Steuerung hier. Got this floor? Sure. Look after yourself, bro. Stay safe. It wasn't my own safety I was concerned about. Trophy wife or not. I'd said I would protect the girl. I hoped I hadn't lost my edge. Along with everything else. It was time to choose. A nasty fall or a bullet to the head. Go home! A nasty fall or a bullet to the head. Oh yeah. So I'd have to leave. I'd have to leave. Oh no! 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 Drunkenness, oder vielleicht beide. Aber bevor ich es wusste, war ich zurück, zu verrückten Risiken, zu schützen Frauen. Schön über das Dach. Das Dach als Rutsche genutzt. Du brauchst eine Hand? Nein. Du? Wo ist Rodrigo? Ich weiß nicht, Mann. Danke. Niemand muss ihn finden. Alles ist in Ordnung. Alles ist in Ordnung. Ich fühl's ja auch nicht mehr an, so wie Max Payne halt mal sich angefühlt hat, ne? Ich fühl's ja auch nicht mehr an, so wie Max Payne halt mal sich angefühlt hat, ne? Nein. Hubert! Na blö суп, kaumpling! Nein. entend, щ Tal. Ah. Ich hatte ihnen genug Elise. Ich hatte ihnen genug Vorstellungen. Ich habe ihnen nicht mehr geholfen. Was soll ich tun? da kommt doch keiner drauf klar hier auf die steuerung oh yeah, botsgun was hat er hier für eines? kann ich mehrere waffen tragen das ist doch mehr so ein Maschinengewehr, ne? ne, ich nehm diese Rotzgun hier einfach mal mit das ist es sieht aus, dass sie ihn durch den Basen nehmen vielleicht habe ich noch ein Schuss Rodrigo war zu viel viel für sie für sie zu spüren natürlich, ich musste hart zu arbeiten aber ich wusste, dass die Schmerzen den Boss lebend ist fast wie ich ich wusste ja, auch gut das war jetzt nicht so geplant aber okay Bratz hehehe aber hilft die Kontrollbox war auf der Schmerzen, auf der links der Gage Oldschool Max Payne mit zwei Kniften, ja machen wir das mal die die The only thing about being famous, as well as rich, is that the bad guys know who to kidnap. Another parking lot rattling with gunfire. Was I too late? Kip Chang is obviously quicksave. I don't see anything. Apparently not, right? Tja. 5 just press the button. Schmerzmittel. Okay, just a pain killer. Hehehe. Hehehe. Oh no! Fuck! Boa! 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 Baa! Boa! 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 Erstmal auf dem Reifen. Haben sie mich erwischt. Okay. Wiederholen. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Dicke action Keine Gnade, aber auch von der SEK Oder was auch immer das für Leute sind hier UFE nennt sich da wohl, was hat er im Oberarm, ne? Chame eine Ambulanzia! Keine Gnade! Du hast gut gemacht, Max! Du sagst so. Du schaust so... Jo... Hey, was könnte besser sein, ne? Die guten Leute sind zusammen, und die Kommandos sind... Sie sind tot, ja? Kann sie nur überspringen, oder wie? Seht noch... Grafisch ist er sehr ganz schick, ne? Kann man nicht meckern, finde ich. Aber so als Max Payne halt irgendwie... Ja... Hm... Bin da nicht so warm mit... Bisschen zu übertrieben, bisschen zu linear, und... Steuerung ist halt nicht so, wie es halt mal war, ne? Hm... Lädt noch... Ja, dann lade mal... Taumel... Da war ein bisschen viel, ne? Hm... Sollte vielleicht nochmal lüften, die Bude sieht neblig aus. Hm... Hm... Ja, dann musste man die Ladies in der Disco dann wohl beschützen. Oder wieder retten, oder so. Hallo? Max... Max! Ich hab mit Ihnen gesprochen! Sorry, was war das? Oh, ich sagte, wir werden in viele Hiderzeichen, Mann! Na, wir sind noch hier! Wir sind dankbar, Max! Ich bin dir das Leben. Sollte noch... Du hast kaputt gepatcht oder was? Ich mach hier einen Cut mit dem Video. So viel zu Max Payton 3, ne? Hau da rein!